Hi, ich bin Nils Stollenberg von Junges Freiburg. Das ist vielleicht ein etwas ungewohntes Format für euch hier in meiner privaten Wohnung. Der Plan ist heute, dass der Moritz, der da hinter der Kamera sitzt, mich heute so ein bisschen durch den Tag begleitet. Wir machen so eine Art Follow-me-around im Leben eines Rollifahrers. Ich weiß nicht, was wir erleben werden, ob es witzige Sachen werden, ob es irgendwas seltsames wird. Im Allgemeinen werden wir das heute mit so einer Kamera drehen noch zusätzlich. Die werden wir mir hier an den Rolli bauen. Dann kann ich selber den Großteil steuern. Das wäre so das Ziel, dass ich möglichst viel selber quasi dabei auch zeige. Und genau, dann würde ich euch heute einfach mal ein bisschen mitnehmen. Wir werden in die Uni gehen. Wir haben später noch Junges Freiburg-Sitzung. Es ist heute Donnerstag und dann geht es heute Abend noch ins Artig gemeinsam. Genau, dann würde ich noch einmal kurz meinen Assistenz vorstellen. Der Herr Lorenz, der ist da an der Seite. Hallo. Genau, das ist Herr Lorenz. Den werdet ihr heute auch noch ein paar Mal sehen. Perfekt, danke. Genau, und dann zeige ich euch halt einfach mal, was heute so passiert. Krass das Schild. Ich fahre mal ein Stück noch hin. Jetzt machen wir so eine Timelapse, wie das da dran berastelt wird. So, und jetzt nehmen wir noch Gaffer, oder? Jetzt haben Moritz und ich einmal dieses Ding da dran gebaut, die Kamera. Und jetzt stellt Moritz mal kurz auf die andere Kamera um im Schnitt. Jetzt seht ihr Moritz. Und jetzt kann ich hier mit meinem Handy, kann ich dann quasi umstellen, wie ich diese Kamera verwende. Und ich stelle jetzt einmal kurz von Moritz zu mir um. Hi. Das ist jetzt quasi so die Ausstattung, die ich unterwegs verwenden werde. Vor allem, um halt quasi Dinge selber zu zeigen und selber euch herumzuführen. Ihr merkt, ich kann hier diese Kamera hin und her bewegen mit meinem Handy. Das ist sehr praktisch. Gleichzeitig wird Moritz aber dann noch ein bisschen euch weiter anderen Winkel zeigen und so. Jetzt kommt der Hannes vorbei und dann planen wir Dorfradsachen, also fürs Wohnheim. Ich würde jetzt, ähm, habe jetzt gerade mit dem Hannes da hinten noch einmal den Adventskalender vom Wohnheim fertig geplant und gemacht. Der wird jetzt gleich rüber in Evo Bar gebracht. Den bringen wir gleich rüber. Heißt, ich würde jetzt kurz einmal meine Schuhe noch anziehen. Der Lorenz dürfte das einmal übernehmen. Weißt du, was du lieb? Dankeschön. Na, welch ein Zufall, dass der Lorenz schon meine Schuhe so zufälligerweise in der Hand hat. He, guck mal, Moritz, man sieht dich. So, den Schlüssel habe ich. Genau, das ist jetzt die Vobar hier im Wohnheim. Übrigens so einigermaßen barrierefrei. Es gibt zwar kein Behinderten-Klo, aber so ein paar Sachen sind dann doch da. Man kommt zumindest mal barrierefrei rein. Das ist schon mal ganz gut. Ich würde sagen, wir stellen es hinter die Bar, oder? Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja, Rückweg, wa? Wir gehen jetzt gleich kurz noch zum Bäcker und dann ist noch irgendwas. Ja, Bäcker und dann in Juni eigentlich. Ach nee, ich muss doch kurz den Rechner, ein paar Sachen auf den Stick machen. Nee, der PC ist an, das passt erst. Wie nenne ich meinen Vlog-Channel? Schreibt es in die Kommentare. Nee, ich weiß es gar nicht. Wie könnte ich mich nennen? Es muss irgendwie schon auch in Kombi mit schwarzem Humor sein. Es muss irgendwie witzig sein, ein bisschen dumm, aber irgendwie auch vielleicht mit einer Spur intelligent oder so. Das sind ganz schön viele Ansprüche. Ja, ich meine, aber es muss ja so wie ich sein. Ein bisschen intelligent, aber schon irgendwie auch ganz schön witzig. Übrigens, jetzt mal ganz kurz, ja, professionell wird es nicht. Ganz kurz, ich zeige euch jetzt einmal schnell, was mal hier nochmal so ans Studierendenwerk, was mal ein ganz guter Tipp wäre. Und zwar, also ich meine, das ist jetzt auch für jeden hier sehr viel Matsch. Heißt, ich trage mit meinem Rollstuhl, das sind so ungefähr 10 Paar Gummistiefel. Wenn ich diese 10 Paar Gummistiefel in meine Wohnung tragen, muss man quasi jeden Tag mischen. Vielleicht, wenn man da mal so was machen könnte, wäre das gar nicht so dumm. Achso, nur mal so als Quick-Tipp. Genau, jetzt geht es dann gleich zur Bahn, davor noch ein bisschen Kaffee trinken. Und ich schaue da jetzt gleich noch kurz auf meinem Handy, welche Bahnverbindung ich nehme. Das ist manchmal ganz sinnvoll, das vorher ein bisschen zu planen als Rollifahrer. Damit man jetzt gerade im Winter nicht zu lange draußen ist, auch wenn es ja zum Glück heute nicht so kalt ist. Aber genau, dann geht es jetzt gleich zur Bahn. Litt! Das ist tatsächlich am Paolo-Modasum-Platz hier ganz gut. Die Haltestelle, da komme ich meistens rein. Die einzigen Ausnahmen, die es so gibt, sind halt Warnen, die einfach dann alt sind und nicht ein einziges Niederflorabteil haben. Davon gibt es leider auch noch so ein paar. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es genau sind. Aber da muss man sich halt dann immer darauf einstellen. Das war jetzt zum Beispiel so eine alte mit einem Niederflorabteil. Die gibt es auch. Wenn dann aber zum Beispiel zwei davon hintereinander kommen, dann sind die immer so voll, dass man meistens einmal dann die nächste bekommt, je nachdem, wo man einsteigt. Und sonst gibt es ja blöderweise auch noch die Bahnen, die nicht ein einziges Niederflorabteil haben. Das ist dann richtig uncool. Aber vielleicht erwischen wir heute ja noch eine. Ich hoffe es nicht. Hier ist es okay, aber am Bertholzbrunnen bräuchte ich Unterstützung. Super, vielen lieben Dank. Oder ist es hier okay? Mal probieren. Ja, aber... Jetzt habe ich ja wieder einen Rolli, der Power hat. Ja, schön, für den Mann hätte ich wieder anschieben dürfen. Auf jeden Fall, ja. Gut, bis gleich. Wir sind jetzt gleich beim Bertholzbrunnen. Und da komme ich leider nicht raus ohne eine große Stufe. Da brauche ich also die Rampe für. Ihr habt jetzt gerade gehört, wie ich den Fahrer gefragt habe, ob er mir gleich die Rampe geben kann. Und genau das macht er dann auch. Und dann komme ich da auch raus. Meine Frage ist nur so ein bisschen, da wurde doch alles umgebaut an der Cario. Warum ist das dann so viel Aufwand, da diese Stufe nicht zu überbrücken? Das wäre so meine Frage an die Stadt Freiburg. Vielleicht bekomme ich da ja mal eine Rückmeldung. Das wäre sehr lieb. Und man muss da meistens dann immer so ein, zwei Minuten warten, bis der Fahrer dann oder die Fahrerin das dann nicht hinbekommt. Und man sieht jetzt gleich mal die Stufe, die können wir, aber die sehen wir ja gleich dann noch. Genau. Das dauert dann halt so ein bisschen. Da ist das Blöde, dass man da meistens die Anschlussbahn nicht bekommt. Und da ich dann noch zerringen muss mit dem Rolli, ist das dann immer so ein bisschen schwierig, dann die vier danach direkt zu bekommen. Aber genau. Super, vielen lieben Dank. Perfekt. Nein, das passt. Alles gut. Ich wünsche einen schönen Tag. Danke, wünsche ich. Ciao. Ciao. Das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich eine gute Frage, die Lorenz gerade gefragt hat, zu nach dem Schimmer fahren wir jetzt die eine Station oder nicht. Da ich aber hier wieder die Rampe bräuchte, wäre das dann deutlich schwerer, hier erstmal die Rampe wieder zu holen. Und deswegen ist es ja nicht so weit. Deswegen werden wir von hier aus erstmal gehen, würde ich sagen. Das wollte ich nochmal kurz angesprochen haben. Und zwar, ich habe jetzt gerade gehen gesagt. Ich fahre natürlich, ich selber sage aber auch gehen, weil es einfach ein gebräuchliches Thema ist und man es gebräuchlich so sagt. Daher stört das mich nicht, wenn man dann so im Allgemeinen gehen sagt. Da ist das aber bei jedem Menschen mit Behinderung anders. Manche würden gerne, dass man fahren sagt. Mir ist das sehr egal. Jetzt möchte ich euch noch kurz einmal zeigen, was ich meine mit der Thematik Stufe. Ich zeige es euch mal hier mit der Kamera. Und zwar seht ihr da hinten eine kleine Stufe. Diese kleine Stufe wurde ja umgebaut und da wurde ja alles dran umgebaut. Ich frage mich da so ein bisschen, wie sinnvoll das ist, dann diese kleine Stufe da zu machen. Es geht ja sogar, es geht ja sogar da wieder ein Stück runter, wenn man beim Laden rechts ist. Heißt, was ist das Problem, vielleicht zehn Zentimeter nach oben zu bauen, wenn man sowieso alles aufreißt. Woran hat es gelegen? Ja, jo, woran hat es gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat es gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Wie man jetzt hier sieht, ich habe die Kameraeinstellung hier auch nochmal so ein bisschen gemacht. Ja, man sieht es vielleicht. Hier ist es ein sehr guter Umbau gewesen. Früher beim Siegesdenkmal bin ich nämlich nicht so gut rein und raus gekommen, weil die Stufe dann genauso dieses Mittelding zwischen geht gar nicht. und es total einfach ist. Und jetzt wurde hier das erhöht. Man sieht es auch an dem Bordstein hier. Der Bordstein ist relativ hoch, was sehr sinnvoll ist, weil ich dann jetzt hier auch so rein und raus komme. Also hier an dieser Stelle, good job. Eine Ewigkeit später. Und runter geht es. Uiuiui. Geht doch. Ja. Ja, doch gerne ein bisschen weiter noch. Danke, passt. So, Brötchen oder sowas, oder? Sehr gut. Ich würde sagen, ihr merkt, was das Problem hier ist. Da sind so ein paar Stufen und davon gibt es leider sehr viele Läden in Freiburg, bei denen das so ist. Dadurch, dass Freiburg halt dann doch eine Stadt ist mit relativ vielen alten Gebäuden. Da muss man sich dann halt drauf einstellen, deswegen habe ich unter anderem Assistenz. Eine äußerst vorbildliche Version der Barrierefreiheit ist tatsächlich die KH, die zwar grundsätzlich nicht so barrierefrei ist, einfach aufgrund der Gebäude, die aber dann doch sehr viel macht. Allein bei so kleinen Dingen wie dieser Rampe da unten oder zum Beispiel auch einer Rampe, die ich euch gleich noch zeige. Na, alles klar, wir hatten es gerade über eine Situation zum Thema Barrierefreiheit in Freiburg und bzw. ganz konkret zum Studienalltag. Und zwar war letzte Woche ein Seminar, letzte Woche Donnerstag. Da waren wir bei einem Praxisprojekt und dann stand ich davor und habe gemerkt, okay, da sind fünf, sechs Stufen. Und wir haben uns jetzt gerade so ein bisschen drüber, müsste das nicht eigentlich barrierefrei sein, wenn es so ein öffentliches Gebäude so zum Thema Kinder- und Jugendpsychiatrie ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, um ganz ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Also, ich finde, das ist totaler Bullshit. Also, jetzt mal im Ernst, weil es gibt ja auch Menschen, die im Rolli sitzen oder irgendwie einen Rollator haben oder was ähnliches, die halt psychisch nicht fit sind. Ja, eben. Oder sogar mit Kinderwagen. Voll, auf jeden Fall. Ich hoffe, ja. Ja, allein, wenn irgendwie dort, keine Ahnung, da hast du eine Mutter mit MS und die will dich da bieten und dann in jedem Fall nicht, weil sie da nicht reinkommt, ist ja scheiße. Absolut, ja. Na ja. Ja, cool. Vor allem, dass das auch niemand irgendwie vorher wusste und dir sagen konnte. Dann bist du wieder heim. Ja, ich bin dann halt, das war echt kalt, letzte Woche. Und da habe ich dann gesagt, gut, also das war dann die Option, dass wir irgendwie in die Bibliothek gehen, in einem anderen Gebäude, die halt dran ist. Die wäre barrierefrei gewesen. Aber ich habe dann gesagt, okay, bevor ich jetzt eine halbe Stunde, weil dann erst eine halbe Stunde später die Bibliothek frei gewesen wäre, hier draußen in der Kälte warte, habe ich gesagt, na nee, dann fangt ihr doch einfach mal an, macht ihr das mal. Und ich will dann ja auch nicht irgendwie der Grund sein dafür, dass wir das Seminar dann irgendwie eine halbe Stunde weniger haben. So, und dann habe ich mir dann halt die Infos geben lassen. So, das war dann okay. Und da wir ja sowieso jede Woche das haben, geht das dann. Aber, ja. Ist ja dann auch scheiße, wenn ich dann da verschmitte. Voll, aber ich meine, das tue ich doch sowieso. Ja, aber allein ist es ja schon, ja, das ist doch besser. Naja, genau. Und dem her, wir gehen mal rein. Tut das. Das ist ein weiteres Beispiel, was sehr für die KH spricht. Als ich angefangen habe zu studieren, das war im Oktober, Mitte, nee, doch, Oktober diesen Jahres, da gab es diese Rampe noch nicht, da musste ich immer ganz da hinten außen rum fahren, einmal ums Gebäude, um diese eine kleine Stufe hochzukommen. Da wurde das inzwischen gewechselt, jetzt gibt es eben diese Rampe und das ist immer das, was ich immer wieder weiter wiederholen kann. So kleine Dinge machen einem das Leben so viel leichter. Ich würde jetzt gerne noch über so ein Supermarkt sagen. zwei Themen reden, die hier in der Innenstadt sehr wichtig sind oder die mir sehr wichtig sind. Zum Ersten würde ich gerne einmal aufs Behinderten-Klo zu sprechen kommen. Da hinten gibt es ja das City-WC oder Stadt-Toilette oder so, was bedeutet, da ist so ein Kasten mit Werbung an der Seite, wo halt zwei Toiletten sind und wenn man die Rollitoilette nimmt, fährt sich so eine Wand in der Mitte weg, damit man mehr Platz hat. Das haben wir jetzt uns gerade mal angeguckt, weil ich nicht irgendwie was sagen wollte, ohne das vorher getestet zu haben. Es war jetzt gerade kaputt, bedeutet, ich kann es nicht benutzen. Was natürlich für mich sehr ungünstig ist, gerade wenn ich dann abends später unterwegs bin am Feiern und dann aufs Klo muss und die andere Toilette in der Innenstadt, nämlich zum Beispiel die Toilette beim UB, bei der UB schon zu hat, weil es nach 12 ist zum Beispiel, weil die UB jetzt ja nur noch bis 12 auf hat. Auf jeden Fall ist meine Erfahrung, dass eine Behinderten-Toilette in der Stadt, die 24 Stunden auf hat, also theoretisch die kaputte dahinten, zu wenig ist. Verbessert mich unter dem Video, wenn ihr andere Toiletten in der Innenstadt kennt, neben dem Hauptbahnhof, die barrierefrei sind oder rolligerecht. Gut, es gibt die unten im Jazzhaus. Wenn man dann aber nicht gerade im Jazzhaus fallen geht, geht man natürlich auch nicht auf die Behinderten-Toilette da. Sonst, wie gesagt, gebt mir Ratschläge, Tipps, Ideen, wo es Behinderten-Toiletten gibt. Ich weiß keine und das wäre auch vielleicht so etwas, bei dem ich sagen würde, liebe Stadt Freiburg oder wer auch immer dafür zuständig ist. Ich gehe davon aus, dass es die Stadt Freiburg ist. Was kann man noch für Optionen finden für Behinderten-Toiletten? Weil gerade ich, der ich auch viel im Nachtleben unterwegs bin, bin einfach darauf angewiesen. Entsprechend des roten Lichts bin ich natürlich sehr wütend und traurig darüber, dass das der Fall ist, hier in Freiburg. Viele Stufen in Orten, in die ich eigentlich gerne wäre. Gut, bei manchen Orten sind auch Stufen und da stört es mich nicht, aber das heißt ja nicht, dass es nicht andere Menschen sind, die da gerne hin möchten. Im Allgemeinen würde ich sagen, und das ist so das Problem an Freiburg, dass es eine relativ alte Stadt ist und dass einfach viele Gebäudeschonstufen haben, wenn sie gemietet oder gekauft werden. Und mein Anspruch ist es nicht, dass ich sage, ich hätte gerne sofort überall sämtliche Stufen überbrückt oder Aufzüge an jedem Ort umgehen. Mein Wunsch und mein Ziel ist es aber, dass wir in Freiburg längerfristig oder langfristig eine Stadt ermöglichen, die für alle gut ist. Heißt, einzelne Stufen sind kurzfristig zu überbrücken, mittelfristig zu überbrücken sind ein paar Stufen und langfristig zu überbrücken sind Umbauten an Orten, wo man dann barrierefrei und inklusiv denkt. Und gerade so Orte wie das Tacheles, was ja wirklich eine sehr weitläufige Treppe hat. Oder Orte wie der Schlappen, wo es eine Stufe ist. Da merke ich, da kann man was machen. Und zum Beispiel die Treppe hier im Tacheles, die könnte man entweder enge machen oder um einen Aufzug drum herum machen. Da ist Potenzial da. Und ich glaube, das Geld wäre in manchen Ortschaften auf jeden Fall auch da. Und ich denke halt dann, also ich glaube nicht mehr, dass ich in diesem Freiburg selber dann noch feiern gehen werde. Aber so in ein paar Jahrzehnten wäre das mein Ziel, dass das möglich ist für Freiburg und dass auch weiter Menschen mit Behinderung in 20, 30 Jahren feiern gehen können, obwohl die Clubs gestorben sind und wieder auferstanden sind und wieder gestorben sind und wieder auferstanden sind. Und jetzt, wo wir gerade vorm Tacheles sind, würde ich gerne noch einen weiteren Punkt ansprechen und zwar das Kopfsteinpflaster in Freiburg. Ihr merkt, es wackelt gerade so ein bisschen. Und das, obwohl die Kamera, mit der ich hier gerade filme, einen Stabilisator hat. Das Problem bei der Sache ist, dass ich mal an meinem Rollstuhl diesen Stabilisator nicht habe. Klar, ich habe schon eine Federung in gewisser Weise, aber die ist jetzt nicht besonders gut. Das heißt, jedes kleine Hölpern spüre ich. Und jedes Hölpern tut meinem Hinterland, wenn ich mal so einen ganzen Tag, 14 bis 16 Stunden im Rolli sitze, dann doch auch mal ein bisschen weh. Mein Vorschlag wäre hierbei, dass wir dafür sorgen oder dass es möglich gemacht wird, dass, wie zum Beispiel beim Münsterplatz, dort bestimmte Strecken mit Kopfsteinpflaster geglättet werden. Dass dort so Stellen wie einmal hier am Tacheles Richtung Augustinerplatz vorbei, es muss ja nur schmaler Streifen sein, geglättet werden. Und wo wir gerade über das Thema Augustinerplatz gesprochen haben, ich zeige euch jetzt gleich mal, weil dort das Kopfsteinpflaster nochmal deutlich rustikaler und älter ist, wie es dort aussieht. Nämlich ist das da kleineres, unebeneres und ungemütlicheres Kopfsteinpflaster. Ihr werdet es jetzt gleich selbst merken, wenn ich hier anfange zu fahren, dann fängt es nämlich richtig anzuwackeln. Und das ist was da, also ich fahre hier sehr sehr ungern gerne runter, einfach nur, weil für mich dann klar ist, okay, danach tut mein Hintern weh, ob ich will oder nicht. Dieser Winkel ist nochmal was anderes sehr unangenehmes, weil ich da, deswegen rede ich gerade auch so angestrengt, meine Bauchmuskulatur ziemlich anstrengend muss. Da will ich nicht vorne rüber aus dem Rolli kippen, aber dass man da vielleicht nichts daran ändern kann, damit bin ich d'accord. Aber vielleicht auch hier eine Stelle, die abgeglättet wird oder ein gewisser Weg, der abgeglättet wird, Richtung Feierling, wäre eine sehr große Erleichterung. Der scheinbare Höhepunkt des Amts, deswegen wird im Hintergrund auch Trompete gespielt, ist jetzt die Junges-Freiburg-Sitzung hier und wir sitzen jetzt schon im Raum im Haus der Jugend und tagen gleich und da nehme ich dann euch logischerweise auch mit. Ich bin durchs Machen. Das darf ich. Oh nein. Aber du kennst dich doch in Arme. Ja. Oh ja. Oh ja. Du hast mir innerlich was, der mies Mr. Simon heißt. Oh Gott. Oh, das macht dich so süchtig, glaube ich. Ja. Willkommen bei Fiktor. Ja. Das ist Kunst, Mann. Das ist Kunst, Mann. Ich glaube, das wagt sich von diesen Aufrufen sind wie der Familie. Ja. Das ist Kunst. Okay, schon weiter ein Text. Ich habe heute auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen an mich habt im Sinne von was soll ich noch erzählen und da jetzt inzwischen viertel vor acht ist und ich einige Fragen heranbekommen habe, würde ich die noch einmal kurz beantworten. Die erste Frage war, ich soll nochmal über Wertschätzung und Hilfe von Fremden in der Öffentlichkeit sprechen. Das mache ich gerne. Kurz gesagt, lieber einfach fragen. Wertschätzung in der Öffentlichkeit definiere ich jetzt mal so und Hilfe, dass gefragt wird, okay, was möchtest du wissen? Brauchst du Hilfe? Wie brauchst du Hilfe? Und nicht einfach zu helfen. Also, aber Fragen, würde ich sagen, ist grundsätzlich nie ein Fehler. Da könnt ihr immer einfach den Menschen fragen, ob er Hilfe braucht. Er oder sie. Und damit liegt der dann auf jeden Fall gut. Frage 2. Barrierefreiheit versus Denkmalschutz. In Klammern siehe Berti findet Franzi mega spannend. Und da stimme ich zu. Einfach nur, weil ich da selber keine Ahnung habe. Ich würde gerne wissen, warum am Bertelsbrunn die Stufe so gering ist. Ich würde gerne wissen, warum die ganzen alten Läden mit Stufen nicht einfach aus diesen Stufen Rampen macht. Oder warum die nicht einfach Rampen davor macht. Ich kann mir denken, woher das kommt. Ich weiß es aber leider auch nicht. Da wäre es unsere Aufgabe als, würde ich sagen, Jungs Freiburg, da nachzuforschen. Und das sehe ich in gewisser Weise auch als meine Aufgabe, da Antworten zu finden. Von dem her, wenn jemand von Seiten der Stadt zuhört, gerne die Fragen, die ich so Darks über gestellt habe, beantworten. Und auf mich oder auf die Gemeinderät hinzukommen. Frage 3. Feiern gehen im Rollstuhl? Wenn ja, wie und wo und so? Feiern gehen im Rollstuhl? Auf jeden Fall. Ich meine, wir sind gerade kurz davor ins Arctic zu gehen. Was bedeutet, ich gehe sehr gerne feiern? Und die Frage wie und wo? Wie? Ganz persönlich gehe ich gerne zu unterschiedlichster Musikfeiern. Dadurch, dass ich viele Freunde habe, die gerne Techno feiern, höre ich auch gerne selber Techno. Und gehe dann in Clubs wie die KTS. Die KTS ist so semi-barrierefrei. Vorne über den Haupteingang kommt man nicht. Aber hintenrum ist so eine Feuerrampe, da kommt man rein. Und dann gehe ich gerne ins Arctic natürlich, wie man sich denken könnte. Das Arctic hat übrigens auch ein barrierefreies Klo. Das werde ich euch gleich noch einmal zeigen. Und sonst kommt man unten auf den Mainfloor im Freizeichen rein. Oben den kleinen Nebenfloor, der früher bei der Schmitz-Katze das Wohnzimmer war. Da kommt man leider nicht rein. Sonst gehe ich noch gerne hin und wieder mal ins Jazz-Haus. Aber auch nur, wenn wir eine große Gruppe sind und viele Menschen dabei sind, die das abfeiern. Und dann halt der Klassiker auf eine 90er-Party oder so dort. Auch das Jazz-Haus hat ein Rolli-Klo, was ich tatsächlich... Ich habe das bei beiden Rolli-Klos erst vor so einem halben Jahr herausgefunden, dass die eins haben. Und davor bin ich schon mehrere Jahre dort feiern gegangen. Sonst gehe ich gerne ins Hans-Bunte-Areal, wenn die Party gut ist. Aber da ist es sehr, sehr unregelmäßig, weil mir der Weg dann doch erstens so weit ist. Und zweitens, weil der Haupteingang Stufen hat. Man kommt da irgendwie hintenrum über eine Rampe, über irgendeinen Industriebereich rein, wo man dann... Ich weiß es gar nicht genau, wo man da rauskommt. Aber es geht auf jeden Fall auch da theoretisch barrierefrei. Da ist mir der Aufwand dann oft aber zu groß. Frage 4. Warum bist du so heiß? Das ist meine Familie. Liegt an denen. Frage 5. Oder Thema 5 vielmehr. Die Angst davor, im Kontakt mit behinderten Menschen etwas falsch zu machen. Auch das ist eine sehr gute Frage. Die ist vorhin so ein bisschen angeklungen mit dem Helfen. Wenn ja, helfen, wie helfen? Oder ob überhaupt Fragen oder so. Im Allgemeinen würde ich sagen, und ich spreche, das ist jetzt wichtig, nie für alle Menschen mit Behinderung, sondern grundsätzlich nur für mich. Für mich ist es wichtig, dass man oder Frau mich anspricht. Wenn ich irgendwie, also... Ich meine, ich bin ein Mensch wie jeder andere. Man kann mit mir reden. Und ihr habt das vielleicht heute über Tag auch gemerkt. Ich kann auch selber ganz gut reden. Und dementsprechend scheut euch nicht, einfach zu fragen und mit behinderten Menschen in Kontakt zu treten. Ihr werdet selber merken, was geht, was nicht geht. Und wenn Menschen etwas unangenehm ist, vorsichtig sein, aber keine Angst haben. Und das ist übrigens die Anna, die ist jetzt die Abendschicht. Ich habe erzählt, dass ich 24 Stunden Assistenz habe. Und wir gehen jetzt gleich zusammen ins Artig. Wir nehmen euch mit. 8 Uhr 1 Abend. Moin. Hi. Einmal für mich bloß meine Assequenz. Wo geht's noch? Klar geht's noch. Ja. Ja. Genau. Ich muss mal rein, wa? Ja. 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 Okay. Problem wird jetzt gleich da durch. Kannst mal vorgehen? Ja. Ja. Kannst du die Fußwitz ein bisschen hoch machen? Wie meinst du? Hochklappen. Ja, ein bisschen weiter noch. Ja, und seine Hand. Moment, jetzt muss ich noch ein Stück nach vorne. Sorry. Der Schaft. Yeah. Jetzt siehst du mir meine Jacke gerade mal aus. Ich stehe weit genug aus dem Weg, oder? Ich stehe weit genug aus dem Weg, der kann Menschen durch. In meiner rechten Seite. Ein Mann, den man in Freiburg gar nicht nicht weiter vorstellen muss. Politiker, Poetry Slammer, Rapper, Co-Gründer des Rap-Ankers. Und jetzt zum ersten Mal im A Cappella-Battle. Macht Lärm fürs Herz so! Verwähle uns ein Zwilling, Mighty 99. Gemeinsam nennen sie ihre Crew Endless Story. Klingt logisch, denn nur eine behinderte Kinder-Crew bewegt sich nach einem Kinderbuch! So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Moritz und ich haben jetzt angefangen zu schneiden. Und wir haben jetzt ein bisschen gearbeitet und uns ist dann aufgefallen, okay, da fehlt noch ein Outro. Weil wir waren ja im Arctic und dementsprechend ist der Abend dann halt irgendwann zu Ende gegangen. Dementsprechend sage ich jetzt hier als Schnitt Nils quasi tschüss und als Schnitt Moritz hinter der Kamera. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat und dass es spannend war für euch. Gerne Rückmeldungen in die Kommentare oder Rückmeldungen auch an mich persönlich. Und wenn ihr vielleicht nochmal irgendwann so ein Video sehen wollt mit einem anderen Thema, irgendwas in die Richtung, meldet auch das gerne zurück. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung. Vielen Dank!